Ich habe mich verlaufen. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Könnten Sie mir bitte helfen? 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 Ich kann es nicht erreichen. Ich kann es nicht erreichen. Es tut uns leid für Sie zu belästigen. Es tut uns leid für Sie zu belästigen. Ich habe meinen Pass verloren. Ich habe meinen Pass verloren. Ich habe meine Brieftasche verloren. Wo ist die Botschaft? Wo ist die Botschaft? Wo ist die Botschaft? Ich bin verloren. Bitte helfen. Ich bin verloren. Bitte helfen. Ich bin verloren. Bitte helfen. Ich habe meine Kamera verloren. Ich habe meine Kamera verloren. Ich habe meine Kamera verloren. Ich verlor meine Tausche. Ich verlor meine Tausche. Ich verlor meine Tausche. Ich habe meinen Reisepass verloren. Ich habe meinen Reisepass verloren. Könnten Sie bitte das Gepäck für mich? Könnten Sie bitte das Gepäck für mich? Könnten Sie bitte das Gepäck für mich? Entschuldigen Sie mich bitte passieren, das für mich danke. Entschuldigen Sie mich bitte passieren, das für mich danke. Entschuldigen Sie mich bitte passieren, das für mich danke. Wie kann man diesen Satz auf Chinesisch sagen? Wie kann man diesen Satz auf Chinesisch sagen? Wie kann man diesen Satz auf Chinesisch sagen? Entschuldigen Sie mich, was bedeutet das? Entschuldigen Sie mich, was bedeutet das? Entschuldigen Sie mich, was bedeutet das? Könnten Sie bitte ein Taxi für mich? Könnten Sie bitte ein Taxi für mich? Könnten Sie bitte ein Taxi für mich? Könnten Sie einen Anruf machen 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 für mich? Untertitelung des ZDF, 2020